Das Spiel ist ab zwölf Jahren. Solltet ihr noch nicht so alt sein, dann schaut euch lieber ein anderes Video an. Das ist so schön. So, wir sollten vielleicht, bevor ich von Bord gehe, ich mach mal das Licht überall aus. Mitten auf der Insel. Ich übersetz mal mitten auf der Insel. Oh, mit Untertitel-Generator. So weit bin ich noch nicht. Gleichzeitig spielen und Untertitel eingeben. Oh, da war ein Schweinchen. Kann man jetzt was mit dem Schweinchen machen? Komm her, Schweinchen, Schweinchen, Schweinchen. Was willst du denn bitte mit dem Schweinchen machen? Ich hab das aufpiksen wollen zum Essen. Warum? Weil es geht. Hast du eigentlich auch Leben abgezogen? Nee, hast du nicht. Warum hab ich eigentlich schon Leben abgezogen? Es läuft wieder sehr performant, ich merk das schon. Wo ist das Schwein hin? Hab ich das jetzt auf dem Schwert stecken? Hä? Ich weiß grad gar nicht, wo du bist. Da, wo ein Schweinchen ist. Ja, da bin ich auch. Hast du's auch versucht zu fangen? Schwein muss man haben. Ich bin bei so einer grün-blauen Laterne. Obwohl, hier sind ganz viele grün-blauen Laternen. Ah, da hinten bist du, alles klar. Da, da, da ist es. Nein, du läufst nicht nach Laternen. Warte mal, jetzt haben wir uns gar nicht orientiert, ne? Komm, Schwein, 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 Schwein. Hast du schon grob eine Ahnung, oder war das eine Insel? Das hat, ah, da müsste doch hier Wasser sein. Äh. Warte mal. Versuch mal, einen höheren Punkt zu erreichen. Ja, hier ist der See. Wunderbar. Das heißt, wir sind hier. Ergo müssen wir... Weißt du schon, wo du hin musst? Ja, so grob. Da ist die kleine... Warte mal. Da ist die kleine Insel. Jetzt stehen wir genau dazwischen. Gucken hier drauf. Das heißt, wir müssen... Die sind auch Hühner. Hier den... Ja, ich habe es gehört. Hier den Weg. Hier den Weg und dann nach links. Auf mich vertue ich mich jetzt ja nicht so. Ah. Ne, das kann nicht stimmen, weil ich ja gerade mache. Ich habe das Seeding gefunden. Das kann nicht stimmen. Das musst du irgendwo... Was hast du gefunden? Den See. Den See? Achso, ja, da bin ich schon... Ja, du bist da schon ganz richtig. Hab sie. Groovy. Hat doch nur 23 Minuten gedauert für die erste Kiste. Oh. Äh, bist du meiner Nähe? Ja. Gut, weil hier sind Skelette. Ich finde es immer wieder schön, wie du auf mich aufpasst. Hast du auf mich geschossen? Ja, es kann sein, ich habe daneben geschossen. Da ich kein Schwert dabei habe. Ähm, ne? Oh, da kommt dann Unwetter. Echt jetzt? Ja, da blitzt eine Wolke hinter uns. Und da sind die Schweine. Ich möchte so ein Schwein haben. Warum geht das nicht? Wo kommt denn... Oh, da, ja. Tatsache. Ist das die Schweinchen, Rudi? Die haben dir nichts getan. Haben wir noch eine Karte bekommen? Guck's mal, bitte. Der hatte eben noch irgendwie zwei Karten aufgedeckt, aber ich weiß nicht. Aber da müssen wir woanders hin. Also hier auf der Insel haben wir nicht noch was, ne? Nein, das ist wieder auf der Spermium-Insel, wie du so geteimt hast. Ja. Ja. Sie hat eine gewisse Ähnlichkeit. Ähm, wollen wir direkt weiter? Noch eine holen, oder? Ja, ja. Oh, das sieht man jetzt. Boah, ich sehe gerade gar nichts mehr. Jetzt habe ich auch wieder das... Jetzt habe ich das Problem, was du letztens auch hattest. Sobald du nach unten guckst, wird das Bild dunkler. Und das ist nicht... Obwohl, das ist nur mein Bildschirm scheinbar. Im Stream ist das nicht so. Interessant. I'm also in Stream-Bildschirm. Interesting. Ich drücke X, sonst wird das nichts. Ja, aber da steht für Abbruch der Fahrt stimmen, wenn ich X drücke. Für Abbruch? Habe ich... Habe ich jetzt abgebrochen auch zu sehen? Ne. Ach so, das ist jetzt abgebrochen. Das ist doch hier schon aktiv. Oh, dann habe ich auch zu sehen abgebrochen. Ne, dann habe ich... Ich habe nicht gelesen. Sehr gut. Dann ist das doch so eine Zweier-Mission. Okay. Hast du schon? Ne, ich suche noch. Ich weiß nicht mehr, ob die alten Regeln noch gelten, dass es dann nicht weit weg ist. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie für den Anfang direkt sich um die halbe Welt fahren lassen hier. Also ich gucke gerade übrigens zu, kann mich jetzt nicht bewegen. Ich kann nur drauf gucken. Die Fiene steuert. Ja, das merkt man doch. Ich finde das nie... Ja, könnte die das sein? Nein, das ist die nicht. Da fehlen die Gnüpsel vorher. Ja, nee, das stimmt, ja. Äh, ich finde Sachen wie... Geh doch mal zu uns zum Schiff. Das kann nicht so weit wechseln, das glaube ich nicht. Da ist du mal ran, da. Da oben, die ist es nicht, die ist es nicht. Da ist sie doch. Da. So, wie wird das jetzt nochmal markieren? Ging auf? Ähm, mit X, glaube ich. Nö. Dann mit A. Für Arkierung. Muss ich dir helfen oder bist du schon am Los düsen? Ich bin schon mehr oder weniger am Los düsen. So, wo müssen wir hin? Wir müssen 90 Grad nach links, sehe ich gerade. Ja. Ich kann aber wieder rüber auf den anderen Bildschirm linzen, das ist gut. Wir haben wieder den Fuscher-Modus aktiviert. Nein, das ist der Komfort-Modus. Aber da fahren wir jetzt schon wieder an der Ecke. Ach, so weit... Ja, von unserem Ausgangs, also von unserem Outpost, ist das eigentlich nicht so weit weg. Aber ja, wir fahren jetzt ein Stückchen, das stimmt. Was mir jetzt auch interessieren würde, ist, wie man auf die Krake stoßen kann. Ob man das irgendwie mitbekommt, also ob das irgendwas Besonderes ist, wo man hinfahren muss, oder ob die jederzeit einen erwischen kann. Keine Ahnung. Wir werden es, denke ich mal, früher oder später herausfinden. Ja. Ja, der ist ja schon drin. Lass dich überraschen. Der wurde entdeckt? Der Kraken. Ja, der ist auf jeden Fall dabei. Ja. Wir sind irgendwie 24 Stunden zu spät. Aber wir mussten leider schlafen. Wieso 24... Nee, das Spiel ist am 20. März um 0 Uhr genau erschienen. Ja, deswegen ist er fast 24 Stunden zu spät. Und es gab wohl manch einen findigen User, der hat die Zeit auf dem Computer vorgestellt. Und somit konnten wir es letzte Nacht quasi gesehen schon spielen. Jo. Aber da haben wir geheiert. Ja, irgendwann mussten wir auch mal schlafen. Ja, aber wir müssen ja auch noch arbeiten nebenbei, deswegen. Ich glaube, du musst ein Stück nach links, sonst düsst du gleich in den Outpost. Ja, ich bin tatsächlich schon dabei. Reicht das? Ja. Also bis jetzt sieht es noch so aus, als würde es reichen. Vielleicht hat ja jemand mal Interesse, mit uns zusammen zu segeln. Wir sind immer nur zu zweit. Vielleicht möchte es auch keiner. Vielleicht kriegt ja auch jemand Panik, wenn er das sieht. Sonst muss ich das nicht antun. Besonders mit mir. Willkommen bei Parship. Wir suchen. Oh Gott, nein. Oh, warte. Ich muss die Stream-Titel ändern. Oh Gott, nein. Oh, das kriege ich das jetzt irgendwie hin? Warte, weil bei YouTube kriege ich das ja noch hin. Warte. Wir zwei einsamen Segler suchen erfolgreichen Piranda. Komm, das hört sich irgendwie komisch an. Äh. Müsst du noch ein bisschen nach links? Ja, noch ein bisschen nach links. Komm ich jetzt hier irgendwie raus, ohne das Spiel abzudützen? Nee, ne? Windows-Taste. Zur Not Alt-Tab. Na, mal ganz kurz. Bei dir ist es ja nicht so schlimm. Dein Bildschirm verschwindet nicht. Nee, eben. Also eine Aufnahme zumindest nicht. Leichter Seegang. Aber wir sind dem Unwetter entronnen sozusagen. Oder haben einfach noch Glück. So, da müsste eigentlich hier vorne die Insel schon sein jetzt. Ich habe leider nicht mehr im Kopf, wie die hieß. Oh, passt schon. Oh, passt schon. Gehen wir schon hin. Ich hole mal Säge rein, damit wir etwas langsamer sind. Ich kenne mich ja. Sind wir jetzt hier richtig? Ja, das sieht gut aus, ne? Ja, wir müssten da richtig sein. Wie heißt die Insel? Way, Pierre, Kay? Ist das richtig? Ja, müsste richtig sein. Ich hoffe es. Sieht jedenfalls aus. Ich bin da auch wieder. Ich habe den Titel geändert. Jetzt hast du wirklich ein Paar Schipp geändert, oder? Oh. Paar Schippen? Paar Schippen, ja. Mach es mal Anker, bitte. Guck mal, da erwarten schon freudig ein paar Burschen. Oh, warte, warte, warte. Moin. Habe ich mein Schwert gezückt? Immer bereit. Yippie. Oh, der ruckelt aber jetzt. Der zappelt aber rum. Ach komm, gönnen wir vielen den Spaß. Nein. Wo hast du einen übergelassen? Rechts. Hä? Ah. Ah, Mist, daneben. Hätte ja klappen können. Nein, da sind noch zwei. Jetzt bin ich gerade ins Wasser geobst. Ja, sind auch. Kriegst du das? Ja, ne? Ja, ja, klar. Noch zwei. Einer ist keiner, kennst du doch. Zwei sind leicht. Einer zu viel. Wo müssen wir hin? Wir müssen auf so eine kleine... Ah, hast du schon? Nee. Warte mal, wir sind auf der großen... Nee, lass dir nicht. Nee, 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 nee. Wir müssen nach hier. Das stimmt doch halt nicht, oder? Bin ich jetzt verkehrt? Sind wir auf der kleinen... Ah, hast du den? Jawohl. Wir sind... Ah, dann war das... Ja, okay, alles klar. Das sind die kleinen Inselchen. Ja, ja, ja. Da ist auch die Pflanze drauf. Unsere Bäumchen, Palmen, die Palmen, wie auch immer. Äh, äh. Ich kann heute nicht zählen, es tut mir leid. Wah. Tschö. Oh, das gibt's doch nicht. Hallo? Ich hab leider kein Schwert dabei. Oh, der bleibt so schön stehen. Dann können wir ja auch mal... So. Oh, da haben wir da hinten. Da laufen Hühner. Jawohl. Ich weiß nicht, ob man mit dem Viecher was machen kann. Weiß ich auch nicht. Also, ich hab's auf jeden Fall getroffen, aber ich glaub nicht, dass du dem was kannst. Deswegen... Gibt keine Chicken Wings. Tut mir leid. Warum hab ich eigentlich die ganze Zeit Leben weg? Du aber auch. Das kann ich dir nicht beantworten. Aber du hast mich ja eben mal geschlagen. Vielleicht liegt's daran. Dann hab ich dich eben aus Versehen getroffen mit der Pistole, ne? Oder vielleicht ist das am Anfang so. Vielleicht sollte man einfach mal eine Banane essen. Ich hab eben eine gegessen tatsächlich, ja. Äh, Truhe abstellen. Plups. So. So, fahren wir zurück in die Heimat. Oh Gott. Bis Deutschland ist aber weit von hier. Oh Gott. Ja, komm mal machen. Warte. Warte, ich mach mich wieder als Navigator. Ich, äh, dreh mal direkt... Nee, vielleicht nicht ganz so weit nach links ein. Sonst kriegen wir gleich ein Problem. Los geht's, so. Perfekt. ausparken in fünf Zügen. So, um auf das Paar-Ship-Thema nochmal zurückzukommen. Oh Gott. Man kann auch Paar-Ship-Thema nehmen. Ach so, Schippen. So, ein Paar-Ship-Thema. Paar-Ship-Thema. Man kann... Wollten sie immer schon mal zu zweit Schippen gehen? Ja. Und eine Schatzdruck finden? Oh Gott. Äh, äh, links. Du fährst, äh, falsch. Das ist nicht die Insel, wo wir hin müssen. Ja, dafür sollst du mir ja Bescheid geben. Ich bin... Super-Navigator. Darf ich vorstellen? Na wie, Fiene, Fiene. Fiene, Fiene wartet noch auf ein Karten-Update. Achtung. Bindung zum Satelliten verloren. Ja. Bitte warten. Bitte haben sie einen Moment Geduld. Route wird berechnet. Sie haben ihr Ziel verpasst. Sie müssen weiter links. Sie fahren immer noch falsch. Du musst da rüber. Ja, dann sag... Ich sag das doch, sie fahren immer noch falsch. Du fährst freundlich weiter in die falsche Richtung. Ja, dann sag doch bitte, in welche Richtung. Da. Links. Da. Fährst Richtung da. Da bist du richtig. Mit diesem Naffi... Äh, Naffi. Mit diesem Naffi sind sie aufgeschmissen. Also bis jetzt haben wir echt noch gar keinen gesehen. Aber wie gesagt, wir sind ja auch heute relativ spät dran. Die sind wahrscheinlich alle schon viel, viel weiter jetzt. Die auf dem Server hier rumsegeln. Rumsegeln. Ja. Ach, so heißt rum. Weniger Stress am Anfang. Dramatische Musik. Seid live dabei, wie wir gleich an der Insel zerschellen werden. Ist das richtig? Ja, ja. Mal ein bisschen, ich weiß nicht, noch ein Stück rein. Also hoch das Segel. Soll ich nicht Anker machen? Ja, doch, doch. Bleiben wir still. Passt schon. Anker? Warte. Jetzt. Ups. Kommt. Perfekt. So muss das. Ach, die Truhe sollte ich auch mitnehmen. Es hilft nicht, wenn ich ohne die einfach ins Wasser springe. Wir haben übrigens unseren Brotschein in der Lotterie gewonnen. Na, 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 na. Wolltest du die gerade greifen? Welche? Da war ich schneller. Ja, die Truhe, die dir zu Füßen stand. Du hast meine jetzt. Ja, das meinte ich gerade. Ich finde das so mit den Fischen unter Wasser total süß. Ist cool gemacht. Ich finde die Grafik allgemein total hammer. Wenn ich jetzt mit der Schwein noch braten könnte. So. Weg da. Was haben wir? Null. Null. 253, okay. Ich wollte gerade sagen, das kann jetzt nicht sein. Verkaufen. Ich gucke mal ganz kurz rüber. Was habe ich? Ich habe meine auch verkauft. Oh. Deine Truhe war weniger wert als meine. Du hast meine verkauft. Ach so. Haben wir noch Karten? Äh, ich müsste eigentlich noch drei sogar haben. Wo hast du die denn? Wo siehst du das? Äh, was? Ja, äh. Ich habe gerade einige Probleme mit meinem Inventar. Bitte frag mich gleich nochmal. Das ist übrigens kein gutes Zeichen. Das heißt, dass der Server leichte Probleme hat. Ah, jetzt geht's. Aber da ich die ganzen Karten voll hab, also ich drei Stück schon habe, kann ich auch keine mehr kaufen. Was hast du? Ich habe immer noch umsonst Karten. Ja, dann kannst du noch eine oder zwei nehmen. Hast du eben denn alle genommen oder nur eine? Ich meine zwei. Aber ich weiß es nicht genau. Vielleicht habe ich auch noch eine genommen, um nicht gesehen, dass nicht mehr zu nehmen waren. Gut. Aber mit 400 machen wir noch nicht viel. Da gehen wir noch ein bisschen sammeln. Ja. Ich linze mal ganz kurz hoch. Wir hatten eben noch ein kurzes Ruckeln drin gehabt hier, aber irgendwie an der Auslastung liegt es nicht. Das Spiel läuft übrigens wunderbar performant, muss ich sagen. Das ist nicht ironisch, das ernst gemeint ist. Also ich habe hier alles auf hoch stehen und das braucht kaum Leistung, ganz ehrlich. Außer wenn ich da an Kingdom Come's denke, uiuiui, da muss ich erstmal runtersetzen. Aber gut, Kingdom Come's ist ja auch ein etwas anderes Spiel, muss man dazu sagen.